Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo. Heute Abend um 19 Uhr startet endlich Season 2 von Diablo 4. Season 1 ist vorbei und direkt im Anschluss startet Season 2. Deswegen wundert euch nicht, wenn heute Abend um 19 Uhr eure Season-Character in den ewigen Reihen übertragen werden und dann auch alle Items aus der Seasonal-Truhe übertragen werden in die Eternal-Truhe. Das heißt, ihr werdet ganz links, ihr kennt das, wenn ihr mal ein legendäres Item nicht aufgesammelt habt, einen weiteren Tab sehen und dort werden alle Items aus der Season aufgelistet werden und die müsst ihr dann alle einsortieren in eure 5 Truhenplätze. Bereitet da also eure Truhe auf jeden Fall schon mal vor, dass ihr da genug Platz habt, um dann in Ruhe in Season 2 reinzustarten. Ich meine, ihr habt zwei Wochen Zeit, die Items da rauszuholen. Das ist nur ein kleiner Reminder nebenbei. Außerdem hat mich Blizzard angeschrieben, ob ich nicht für meine Community ein paar Battle Pass Codes haben möchte und ich habe auch ein paar bekommen. Die werde ich auf Twitch verlosen. Heute Abend ab 19 Uhr können wir die einlösen. Mir wurde explizit gesagt, dass sie nicht vorher eingelöst werden dürfen. Deswegen werde ich hier auch keinen einblenden oder so auf YouTube. Vielleicht mache ich da morgen ein Video bei Diablo. Auf jeden Fall mal ein Follow dalassen und da morgen nochmal reinschauen. Ich weiß noch nicht, ob ich da einen Code reinhau oder ob wir alle im Stream raushauen. Schau ich mal. Folgen lohnt sich da auf jeden Fall. Ansonsten heute Abend auf Twitch reinschauen. Außerdem, wenn ihr noch einen Clan sucht, unser Clan hat noch ein bisschen Platz. Wir sind jetzt bei 110 und da sind auch schon einige Leute wieder online und am Zocken. Oh mein Gott, wie viele sind da am Spielen? Und das am Ende von Season 1. Da haben wir auf jeden Fall noch Platz, wenn ihr noch einen Clan sucht, wo ihr zusammenlaufen wollt. Gerade auch für die Uber-Unix zum Farmen und vor allen Dingen auch für Season 2 den Start, um da ein bisschen Multiplayer zu machen. Sprecht euch am besten da um Discord ab. Wir haben da ein Sprach-Channel eingerichtet. Vielleicht machen wir noch einen zweiten und dritten, je nachdem wie frequentiv der benutzt wird. Und haben natürlich auch einen Diablo-Channel, wo ihr euch absprechen könnt. Und deswegen checkt auf jeden Fall Discord ab. Ist unten verlinkt der Discord. Kommt ins Team rein. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß in Season 2. Alle Infos zu Season 2 hatte ich ja schon mit euch geteilt. Dazu habe ich ein paar Videos gemacht. Na einmal, was ist kommt alles neu dazu. Die ganzen Quality of Life Changes. Die 22 Fähigkeiten. Die Blutfähigkeiten, die in Season 2 mit reinkommen. Und, und, und. Wenn ihr da nochmal ein paar Videos abchecken wollt, guckt auf jeden Fall auf den Kanal. Die letzten Wochen kamen da einige Videos von mir. Als kleiner Tipp für alle neuen Spieler unter euch. Vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt bei Steam zugeschlagen. Und ist jetzt über Steam bei Diablo endlich mit dabei. Ihr könnt natürlich auch gerne mit ins Team kommen. Auch in Season 2 direkt mit durchstarten. Falls ihr erstmal in den Eternal gehen wollt, ist das auch kein Problem. Eine kleine Info für euch am Rand. Es gibt hier diese Ansehenspunkte. Die müsst ihr einmal sammeln. Dann habt ihr die für alle Character und für alle Season durch. Das heißt, für alle, die jetzt noch vor der Season bis 19 Uhr ein bisschen was zu tun haben wollen. Dann holt euch im Eternal die ganzen Stufen hier. Als Empfehlung auf jeden Fall die Altäre von Lilith. Weil die geben euch dauerhafte Boost. Sowohl Obolusse, Paragonpunkte, aber auch Stärke, Vitalität und, und, und. Dann als nächstes würde ich auf jeden Fall die entdeckten Gebiete komplett machen. Dass ihr zum Season 2 Start die komplette Karte freigeschaltet habt. Und ganz wichtig sind natürlich auch die Stützpunkte. Weil die geben 100 Ansehen. Wegpunkte solltet ihr mitnehmen. Und dann bleibt es euch überlassen, ob ihr vielleicht Neben-Dungeons machen wollt. Oder den Neben-Quest. Dazu muss gesagt sein, mit Season 2 und dem Patch kommt eine Neuerung, dass ihr bei den Dungeons keine Objectives mehr machen müsst. Oder bei vielen Dungeons keine Objectives mehr machen müsst. Sondern dann einfach durchrennen könnt zum Boss. Wird also dann sehr viel einfacher sein, das Ansehen zu sammeln. Wenn ihr dann auch überlegt, ob ihr jetzt noch das Ansehen holt. Dann wartet vielleicht noch bis morgen. Wenn dann der Patch draußen ist. Beziehungsweise bis heute Abend. Bis der Patch draußen ist. Und holt euch dann das Ansehen. Weil dann werdet ihr euch ganz viel Zeit sparen. Dann gibt es keine. Tötet alle Gegner. Oder sammelt irgendwelche Sachen ein. Da könnt ihr dann einfach durchrennen. Bis zum Boss. Und könnt da ganz schnell die Ansehenspunkte sammeln. Ich werde heute Abend die Nacht auf jeden Fall auch durchmachen. Da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere mit dabei ist. Mit zockt. Und ich da nicht dann alleine auf Level 100 grinden muss über Nacht. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr Diablo Season 2 spielen werdet. Ich hatte ja schon mal eine Umfrage gemacht vor einiger Zeit. Und da haben einige Leute gesagt, dass sie Season 2 spielen werden. Ich habe auch extrem Bock. Und jetzt ist es endlich soweit. Heute Abend geht es los. Wir würden mich sehr über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal Leute. Bis heute Abend. Und haut rein. Und haut rein.